Ja, es ist mal wieder so ein Video. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Also, es ist wirklich schwierig. Ich bin an einem Punkt, wo ich irgendwie allgemein unzufrieden bin, wie es gerade auf YouTube läuft und auch irgendwie bei mir privat, beziehungsweise eben was mich als Person angeht. Und ich weiß nicht, ob ich das Video hochladen werde. Wenn ja, dann werdet ihr es natürlich jetzt sehen. Ich bin wirklich an einem Tiefpunkt, kann man so sagen, angekommen. Klar, YouTube macht mir Spaß und wird auch immer Spaß bleiben. Und Anime ist mein Hobby, besser gesagt meine Leidenschaft. Aber in so letzter Zeit sind Sachen passiert, beziehungsweise bin ich allgemein irgendwie unzufrieden. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich, ja, irgendwie Perfektionist bin. Ich weiß auch nicht, ob man das gesehen hat mittlerweile. Aber ja, ich versuche, so ziemlich viele Schnitte wie möglich zu vermeiden, weil ich einfach das nicht mag, weil es nicht so flüssig ist. Und das ist echt anstrengend, muss ich sagen. Ich möchte auch nicht rumheulen oder das Video lange hinziehen. Deshalb hoffe ich, dass ich das Ganze jetzt einigermaßen geordnet hinbekomme. Es ist so, dass die Livestreams, ehrlich gesagt, anscheinend nicht mehr so gut ankommen, auch die Videos allgemein nicht. Und ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wieso. Einige Videos werden gut angenommen, zum Beispiel natürlich die Trimax-News oder auch andere Akiba-News-Sachen und so weiter. Übrigens lustig, dass bisher noch keine Beschwerde von Akiba-Pass kamen, weil ich deren Namen verwende. Aber ich denke, die sind damit einverstanden, weil es ja um deren News geht. Nichtsdestotrotz, ich bin, wie gesagt, allgemein unzufrieden. Auch irgendwie, was meine Leistung angeht. Ich möchte irgendwie mehr bringen, was qualitativ Hochwertigeres. Aber für diese All-About-Anime-Sachen fehlt mir irgendwie der Kopf. Ich möchte gerne eigene Formate kreieren. Und da wird auch eins kommen, danke an Yoshi, schon mal im Voraus, der da tatkräftig mich unterstützt. Aber ist es für mich persönlich, meine Meinung eben, zu wenig. Ich bringe euch zu wenig und das regt mich irgendwie auf. Und dennoch, ich kann nicht mehr bringen, weil ich bin ja auch bloß ein Mensch. Aber das ist schon schwierig. Und allgemein würde ich den Content verbessern. Aber ich weiß nicht wie, bin ich ehrlich. Die Reviews finde ich ganz okay, wie sie bis jetzt laufen und auch der Aufbau und so weiter. Oder? Aber in letzter Zeit sind die immer weniger geschaut worden. Und ich denke mir so, wieso? Was ist da der Unterschied, dass jetzt zum Beispiel ein Demon Slayer, glaube ich war das nicht, nee, nicht Demon Slayer, das war Demon King Daimau, genau. Damals so viele Aufrufe, ich glaube 5000 oder so bekommen hat. Und jetzt die Reviews irgendwie bei 60 rumschwanken. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich kapiere das einfach nicht. Klar, Vorzüge und so weiter, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Aber woran liegt das? Das ist halt das, was ich nicht verstehe. Und das deprimiert mich ein bisschen. Dass ich eben anscheinend nicht den Content bringe, beziehungsweise die Qualität, wo ihr euch wünscht, weswegen ihr mich abonniert habt oder die Leute zumindest mal damals abonniert haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwie ein Feedback geben könntet, was euch gefällt und was nicht und eben, was ich besser machen kann. Wirklich konstruktiv. Ihr könnt wirklich ins Detail gehen gerne. Klar, ich werde nicht komplett alles umstellen deswegen. Das ist klar, das werde ich nie machen. Da bin ich ehrlich, da bin ich zu dickköpfig. Wenn ich was sage, das gefällt mir so, dann werde ich auch das behalten. Aber etwas Kritik, konstruktive Kritik, vor allem nicht nur Scheiße, würde mich, glaube ich, wirklich hier deutlich vorantreiben und würde auch mir das Ganze erleichtern. Denn ich bin beruflich sehr eingespannt. Jeder von uns im Team ist sehr eingespannt, was beruflich angeht. Und dennoch möchte ich eben, dass ihr was bekommt für euer Abo, für eure Unterstützung. Ja, für einfach, dass ihr da seid. Denn ohne euch wäre der Kanal natürlich nicht da. Und ja, es ist wirklich, wie gesagt, deprimierend, dass das nicht mehr so läuft wie früher. Generell, Conventions werde ich persönlich nicht mehr besuchen. Das muss ich leider auch jetzt offiziell bekannt geben. Einfach, weil ich es mir Geld und zeitmäßig nicht erlauben kann. Höchstwahrscheinlich wird der Sebastian, ihr kennt ihn ja von den LBMS-Videos, beziehungsweise Manga Comic Con Videos, der wird wahrscheinlich da wieder da sein und Interviews führen und ein bisschen vorstellen, was es Neues gibt und so weiter. Aber ich habe halt auch gesehen, so wirklich Mehrwert bieten die Interviews dann halt auch nicht, zumindest mal nicht in diesem Sinne, wie ich es möchte, dass man irgendwas Neues erfährt, weil wir halt auch nicht die Möglichkeit haben, das tagesaktuell hochzuladen. Das heißt also, wir machen die Videos und dann kommt es teilweise zwei Wochen später erst, das Interview, das bringt nichts. Das ist nicht der Sinn der Sache. Auch für die, wo uns die Zeit geben und uns Interviews führen. Übrigens sehr nette Leute. Grüße an alle möglichen Leute, die zurzeit Pressemenschen sind von den Publishern, beziehungsweise eben Ansprechpartnern. Nora, Michi, Katharina, die Leute von Tokio Pop und auch viele, viele andere. Ich weiß gerade echt nicht mehr die Namen hier. Ich bin wirklich durcheinander, vielleicht merkt man das. Das liegt unter anderem auch daran, weil der Kanal eben nicht mehr so läuft wie früher oder nicht mehr, nicht so gut, wie ich ihn zumindest mal in Erinnerungen habe. Vielleicht habe ich das auch gar nicht jetzt wirklich richtig wahrgenommen und ich träume mir was zusammen. Und dazu kommt halt auch noch, dass ich in einem emotionalen Tief bin. Kann man das so sagen? Keine Ahnung. Es gibt bei mir so Phasen, wo ich sehr, sehr in Depressionen verhaare. Sagen wir mal so. Ihr müsst euch das vorstellen, dass ihr morgens aufwacht, ist relativ okay und dann passiert irgendwas, egal was, alles kann ein Trigger sein und ihr befindet euch auf dem Weg in ein schwarzes Loch. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Metapher. Und aus dem schwarzen Loch kommst du sehr, sehr, sehr schwierig wieder raus. Ich habe mittlerweile herausgefunden, zu wem ich gehen muss oder was ich provozieren muss, dass ich da rauskomme. Grüße gerne an meine Kollegen aus, die hoffentlich diese Videos nicht sehen, sonst denken die noch sich ein Teil, was egal ist. Na, ist auch egal, wenn sie es schauen. Ihr müsst wissen, ich habe wirklich coole Arbeitskollegen, die es wirklich Spaß macht zu arbeiten und die helfen mir wirklich, kann man sagen, teilweise eigentlich immer oder zumindest annähernd immer aus diesem Loch und sie wissen es gar nicht, bis auf gewisse Leute und das ist auch gut, so dass nur die das wissen. Ja, was wollte ich noch sagen? Wie gesagt, es ist sehr schwierig. Ich glaube, ich habe es schon gesagt, ich weiß es nicht, es ist sehr schwierig zur Zeit, und deshalb möchte ich, dass ihr Feedback gebt, das habe ich ja schon gesagt, aber auch, dass ihr versteht, dass manche Videos vielleicht nicht so gut sind, wie sie hätten sein können. Liegt an diversen Sachen, unter anderem eben zur Zeit den Problemen, aber auch teilweise eben das, dass ich selber nicht weiß, wie ich es besser machen soll. Das ist eben, glaube ich, der größte Knackpunkt. Und mir persönlich, wie gesagt, wird YouTube immer Spaß machen, auf die eine oder andere Seite. Ich war ja früher auch als Let's, genau als Let's Player tätig, beziehungsweise so semi-mäßig halt. Bin seit 2010, kann das sein, auf YouTube und weiß eben, wie das Ding läuft. Nichtsdestotrotz, wie soll ich sagen, danke ich euch, dass ihr da seid, danke, dass ihr das Video geschaut habt, meine Flennerei hier, meine emotionale Auflösung. Kann man ja nicht sagen, dass ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat, aber zumindest mal, danke, dass ihr es angeschaut habt. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann wie gesagt Feedback geben, viel, 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 viel Feedback, entweder in den Kommentaren, was cool wäre wegen dem Algorithmus oder auch unter Feedback at animehaven.de Dort könnt ihr das auch machen, falls ihr nicht in die Kommentare schreiben könnt, weil ihr nicht angemeldet seid, beziehungsweise kein Account habt oder es nicht möchtet. Ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr die Videos, die wir haben, teilen würdet, gerade die Reviews, die nicht so bekannt sind oder nicht so gut ankamen, aber auch eben uns unterstützen würdet über Patreon, über Paypal. Ich finde, die Tears von Patreon habe ich nicht so hoch gesetzt. Es gibt einen, der ziemlich hoch ist, wo ich auch gar nicht davon ausgehe, dass irgendjemand den macht, aber wer weiß, vielleicht haben wir ja einen guten Schweizer Lautmann, Lautmann, was? Egal, ich schwitze scheiße. Ich beende jetzt das Video. Macht's nicht gut, macht's besser. Ciao. Ciao.